Servus und herzlich Willkommen zurück zum Pumping Simulator Ja, kassieren wollte ich. Jetzt geht doch da durch. Meine Güte. Ich habe jetzt gerade mal die Zeit genutzt, um mir was zu trinken zu holen. Was? Ihr wollt alle nur tanken? Ah, du willst wenigstens noch was kaufen dazu. Ne, der hat mich mal getankt. Was bist denn du für ein Pfosten? Ähm, wir haben schon wieder 17 Uhr? Alter, wie schnell vergeht denn der Tag jetzt auf einmal? Es riecht schlecht. Ja, jetzt nicht mehr. Hallo. Okay. So, ich mache es jetzt ganz einfach. Hangstelle Mitarbeiter. Hallo. Hm. Handgun trennt zufällig jemand. Moin. Nein. Na egal. Das wird nämlich bald ein 24-7-Betrieb. Thank you. What the fuck? Okay. Was zum Henker. Hi. Thank you. Hello. Wo habe ich meine Rechnungen? Unbezahlte Rechnungen vorhanden. Strom, Wasser. Ah, jetzt werde Licht. Okay. 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 Gut, dann machen wir die Tankstelle mal zu. Okay. Dann wird mir halb voll angezeigt und es fehlen nur zwei Bonbons. Ja! Ja! Egal. Sie sehen schön voll aus. Ich glaube ich stelle noch mehrere rein. Aber wie lange habe ich denn letztens gespielt? Bye, bye. Hallo. Ich kaufe jetzt zum Beispiel schnell Regale. Erstens hier das hier bestellen. Dann. Tankstelle. Bitter ans Büro. Bye, have a great time. Schön, dass die Memes reingehauen haben. Ich habe noch 200 Becken. Ich hole mir jetzt die 300 hier auch noch raus und die 40 auch noch. Ich brauche Licht. ohhhh, da hätte er gleich mitnehmen können eigentlich, aber egal kommt der lieben tankstelle, mitarbeiter ob der bug immer noch funktioniert, mitarbeiter es gibt jetzt einen farmer alex ich glaube der bug funktioniert nicht mehr ich habe hier einen alex liegen, schlafen und ich habe hier einen alex liegen der da steht drauf geht äh ja ich glaube mal ey ey lässt du meine boxen bitte hallo hallo Alter, wann läuft die Uhrzeit so schnell ja 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 okay dann fahren wir heim und gehen ab ins Bett heimel heimel seit wann läuft die Uhrzeit so schnell so hier nochmal pfff 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 Ohhhhhhh, ich will jetzt noch nicht aufstehen. Ähm, gut. Ähm, Blumen. Nein, äh nicht. Ähm, Pillen. Okay. Ich sollte auf jeden Fall mit Geld da rausgehen. So, wir haben jetzt nur noch einen Timequad, dafür eine Kassiererin. Schaffst du schon, Alex? Bist ein großer Mann? Was liegt denn hier? Was bist denn du? Gewächshaus. Ach, das ist für den Gärtner. Das ist neu dazugekommen anscheinend. Neunhundert kostet das Spielzimmer. Ja. Ja, alles in Ordnung? Ja. Eine Hexe. Hi! Gute Morgen. Gute Morgen. So, ich glaube ich verliere jetzt dann bald die Kontrolle über den Bestand hier drin. Gib mir mal ein bisschen Geld. Ich will nicht kassieren hier. Bye, bye. Okay. Guten Morgen. Dankeschön. So. Jetzt kann ich eigentlich nur zugucken hier. Und ein Alex-Helfer. Aber das kriegt er... So, nicht ganz alleine hin. So. 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 Okay Gib mir mal ein bisschen Geld. Ich raub dich jetzt mal aus. Die Firma dankt's. Wohin fährst denn du? Du sollst nicht ins Büro fahren. So, ähm. Was ist ein Notfall? Ach! Abwesenheitsboxen. Was für Abwesenheitsboxen? Jetzt kann ich mich auch mal um den ganz anderen Kack kümmern hier. 100 Ja, das läuft doch. Du kriegst doch ganz gut alleine hin. So, ich glaube abends werde ich einfach nur Sprit bestellen. Das wird jetzt ein 24-Stunden-Betrieb. Ne? Okay? Okay. Daisy! Hi! Komm her! Ja, leicht bekleidet. Ah! Gib mir mal dein Geld. Ich muss ein bisschen was bauen. So, als erstes bauen wir das hier. Wow! Dach bloß! Ich muss das noch einrichten. Dach bloß! Ja! 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 Ich kenn mich da gar nicht aus gerade. Ich kenn mich da gar nicht aus gerade. Oh! Die Kalle ist mein Glück, wie du blivell. Mit deinem Lippen. Okay. Wie geht das? Wie geht das? Die Kalle ist das? Warte, warte. Wie geht das? Also, wenn du nicht überrasst. Wie geht es? Wie gehts? Wie geht's? Wie geht das? jetzt wird das ganze schwieriger hier du bist ein E-Auto und man hört einen Motor, da ist irgendwas ich glaube da ist irgendwas kaputt bei dem Auto Alter Mädel, was ist denn los, da verdiene ich noch mehrere hmmm, nissen und wie oft kommst du noch her ha 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 hmmm good morning so 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 das ist süß so 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 reinholen das Kind ist halt verdammt schnell ne da vorne rennt es ich will nämlich dir mal in die Augen gucken mit Pans no! Hello! Let's play! Schön! Schön! mit 3000 euronen sollt reichen so was werden wir zuerst auf büro oh da haben wir auch ok dann brauchen wir eine neue schlafmatte das läuft doch Musik Ich kann mich jetzt schön um die Nebenaktivitäten hier kümmern, mal in Ruhe. Das einzige worüber ich mich kümmern muss ist, wenn die Kassiererin müde wird, dass ich mich dann drum kümmere. So machen wir noch mal leer und jetzt bestellen wir Kameras. Machen wir Vollüberwachung. Ich hätte schon gerne einen Tresor aber funktioniert anscheinend nicht. Das Büro ist nur zum Schlafen da anscheinend. Das Büro ist nur zum Schlafen. Ahem! So, Lager muss ich auch noch überwachen. Lager ist voll überwacht jetzt gerade. Gut, wenn es sehr heiß hier ist. Klimaanlagen. Klimaanlagen. So, hallo. Alter, wie schnell ist es jetzt wieder Abend? Es raucht halt keiner mehr, ne? Die sind gerade alle schön drauf. Äh, die Box darf anscheinend nicht rein. Okay. Sag doch was, dass die Seife leer ist. Okay. Okay. Jetzt wird schon irgendwann aufgeräumt. Moin! Ich sehe nichts. Klopapier ist drin, ist drin, ist drin. So, jetzt lassen wir mal den Betrieb das erste Mal über die komplette Nacht laufen. Äh, ich sollte vielleicht noch unter Umständen Benzin bestellen. Weil die... Der Kraftstoff sagt leer. Hey! ... ... ... ... ... Ja, wie kritisch soll es sein? Ja! Anfänger! Fast leer, es war leer! Aber gut, bei neuen Tankstellen... 2.250 Fisch! Ja, es wird eh nicht viel los sein, aber ich lasse es mal über die Nacht laufen. Und dann schaue ich mal, wie viel am nächsten Morgen bei rumgekommen ist. 2.500 Fisch Ich habe auf jeden Fall keinen Dunst, wie ich nach Hause laufen soll. Oder fahren soll. Oh shit, das Video hat schon wieder Überlänge. Ha! Haben wir Geld? Haben wir Geld? Ja, wir haben Geld. Gut, ich kann mit dem Bus nach Hause fahren. Sollte reichen, bis morgen früh. Na gut, ich werde jetzt hier die Folge beenden. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao!